So Leute, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part Battlefield Hardline und hier fangen wir einfach mal direkt an, so, hat begonnen, ja genau da hab ich ja so schön verkackt und da einfach weitermachen, weiterspielen, ne, klärt sich von allein. Schule hat begonnen, ja genau, das hatten wir. Was, was muss ich da nochmal machen, ey? Boah ey, die letzte Aufnahme war schon ein paar Tag, paar Tage her, ich kann mich irgendwie nicht mehr so gut entsinnen, ey. Ach, das Laden dauert leider immer so lange. Ja, Alter, das, unten geht's so schnell weg, wie soll man das denn lesen? Zeige deine Marke, um einen Verbrecher vorübergehend zu überwältigen, glaub ich, glaub ich. Komm, lade, lade, lade. Jetzt, nee, doch nicht, lol. Komm, was dauert denn da so lange hier? Jetzt, 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 komm. Ah, nee, die Mucke ist wahrscheinlich nur wieder aus. Ist doch verarsche. Jetzt. Okay. Finde Beweise, um Fallattacken abzuschließen. Finde Beweise, um Fallakten abzuschließen und Spezialwaffen freizustalten. Okay. Okay, Leute, das gibt's auch. Nein. Geil. Was bisher beschlebt, das ist nice. Alter, was geht mit der Maus und will ich gar nicht dabei? Alter, die ist echt so hoch. Warum ist sie so hoch? Hm, 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 Gameplay. Nicht. Maus und Wittigkeit. Alter, ich will die, die so niedrig machen, das sieht so falsch aus. Ah, aber doch, so ist gut. Okay. Ah, genau, sollten wir doch irgendwie sneaky an den vorbeigehen, so war das doch, oder? Guck ich jetzt mal. Ah, ja. Ich stück mir leise und bin spürtet. Achso, okay, jetzt. Jetzt los, ja. Als ob man einen nicht sieht, das ist doch so traurig. Stan. Ist jemand? Da ist jemand. Geh. Ich will fassen, dass ich zu erinnern. Ich hab nix. Ich hab nix. Zeh, okay. Zeh. Man braucht es nicht lesen. Man braucht es nicht lesen. Das ist irgendwie hart anzunehmen. Ich hab ein Ding dran. Ich hab ein Ding dran. Ja, als ob wir da ganz normal in dem vorbeilaufen können, mal im Arsch. Das ist wie ein Far Cry kann man's werfen, um andere abzulenken. Das ist nice. Alter, was ist das für eine Mucke? Richtig halt Bullshit. Okay. Okay. F, überwältige nähere. Nähere dich einem verdächtigen lautlos von hinten. Achso, okay. Fuck. Welche Tasse war das? F, ne? F, ne? F, ne? F, ne? Scheiße. Das war nicht so goody. Hab ich schon. Naja, gut. Hab sie schon getrennt. Brat. Was los? Was los? Lol. Was willst du? Soll ich dir trippen oder was? Achso. Geh, dann rippe ich den jetzt. Du siehst mich nicht. Mit F hattest, ne? Oh yeah. Hat auch keiner mitbekommen. Nein, das hast du nicht mitbekommen. Dude. Oh, du wurdest entdeckt am Arsch. Okay. Ah. Was ist mit dem, was ich letztes Mal nicht geschafft habe? Oder war das das, wo wir am Anfang sneaky sein mussten? Boah, das wäre etwas traurig. Was ich letztes Mal nicht geschafft habe, ja? Ja, gut. Ich mach das wieder. Easy peasy. Warte. Ja, ja. Gut. Na, mal los. Ja, mach ich schon. Okay. Du siehst mich nicht, Bro. Nein, du hast es nicht mitbekommen. Nein, hast du nicht. Hä, wie soll ich die denn trennen oder soll ich den anderen weglocken? Das kann ja nicht auch sein. Boah, tut mir leid, dass ich so inkompetent bin, Leute. Tut mir echt leid. So. Nochmal hier. Ich sneaken. F. Nee, C. Ja, ja. Geh mir nicht auf die Eier. Los. Da vorne ist Herr. Aber um an denen vorbeizukommen, müssen wir mindestens einen ausschalten. Und das ist doch ein Trend. F. 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 Deines bemerkst du nicht? Brat. Brat. Hä, wie soll ich das denn unentdeckt machen? Wie soll ich das denn unentdeckt machen? Das ist doch... Scheiße. Vielleicht muss ich ja zwei werfen, damit beide abgelenkt sind und ich dann den einen rippen kann. Dass der eine auf das ist und der andere auf das und dann... Ah. Tricky. Okay, dann werfe ich da jetzt was hin. Ist der Dude darauf fixiert und dann werfe... Ja, ja. Komm, schneller hier. Dann werfe ich noch eins da hin. Okay, das war schlecht. Ja, okay. Brat. Okay, irgendwie juckt es nur einen. Oh fuck, was habe ich jetzt gemacht? Okay, jetzt achten beide irgendwie drauf. Da drüben. Komm her. Brat. Komm her. Jetzt komm doch her, du du. Was soll ich das denn machen? Jetzt ripp ich dich, jetzt ripp ich dich. Nein, du hörst mich nicht. Nein, du hörst mich nicht. Dann halt mich nicht... Schnell, geh dahinter. Wohin muss ich jetzt? Oh fuck, vielleicht... Ich glaube, ich ripp den anderen jetzt einfach auch. Los. Alter, was ist das denn für scheiß Mucke? Mach dir doch bitte aus. Ich glaube, ich ripp den jetzt einfach auch. Komm. Ah, bam. So geht das. Jetzt muss ich ja hinter, oder? Schätze jetzt mal. Oh Leute, okay. Ah, das ist korrekt. Wir ganz gelässig wieder zurück, Leute, Alter. Ja, Brat. Ja, Brat. Ja, Brat. Ich mach Kaf Maga. Karate ist esoterik scheiße. Echt so. Krass. Pepp und Tyson waren die Brüder. Weit mit Vorliebe fürs Ghetto. Pepp ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Ja, bis jetzt ist es noch nicht so, hier alle einfach mal abknallen, alle wegballern. Es ist jetzt mal taktisch hier. Also noch recht gechillt, die ersten Befolgen. Scheint so. Ich bin in der Szene grad nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht mal die Gehaltsklasse, Fidel. Ne, nimm ihn fett. Das wurde auch zahlt. Ha, 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 ha. Ja. Es gibt ein Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der... Haftbefehl. Der kleine, der grad abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Oh ja. Für diese Scheiße ist der viel zu jung. Und deshalb ist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Ja, das bist du, Brat. Das bist du. Was soll ich für euch tun? Tja, jetzt haben wir dich dran gekriegt. Jetzt haben wir dich an den Eiern, Bruder. So. Was stand da? Einsatzteile abgeschlossen? Keine Ahnung. Das Leid hat wieder so ewig lang. Ich weiß nicht, warum das immer so lange dauert. So scheiße ist es auch mein PC jetzt auch wieder nicht. Aber anscheinend ja schon. Mal jetzt. Hey. Passt ein Ohrstöpfel? Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey du Trottel. Du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du's da nicht einfach selbst? Kenn sein Gesicht. Okay. Mit allen Datenbanken auf lokaler und grundsätzlicher verbunden. Schön neuer Weg. Okay. Vollgehen mit dem Kenner. Wow, das ist aber echt. Echt krass. Müller sagen wir mal nur verfolgen, okay, jo. Da war Schneier. Okay, ich verstehe immer noch nie, was er machen soll. Ah, ich kann auch zoomen. Das ist nicht so einfach. Komm schon. Nein, jetzt. Lass mich nicht zu Hause. Alter, geh nach Hause. Ich muss Tyson sprechen. Ganz ruhig. Reiß dich mal zusammen. Bruder. Bruder. Geh. Lassen. Lassen. Alter, mach der. Lass den Scanner an. Sie machen. So jetzt deren Fressen an Summe oder was? Umso näher soll ich drangehen, umso mehr höre ich in dem Bereich auch oder was? Das ist ja Tieterei. Als ob ich X-Ray kann. Ist Tyson da oder nicht? Ja, wir reden gleich. Verstanden. Hier ist das. Ach, neuer Handfeuer war freigeschalten. Ist doch schon mal schön. Hier, da sind noch welche. Alter, glaubt man nicht so viel. Irgendwot? Ne, sonst ist hier keiner. Tyson ist da hinten. Du hast fünf Minuten. Ist das Tyson? Ich weiß es nicht. Da ist Tyson oder dort. Fuck. Na los. Ich kann ihn echt nicht sehen. Beweg dich. Alter, was macht der da? Setz dich hin. Ich schau, ob ich was machen kann, ok? No problemo. Kein Problem, man. Pfff. Lauch. Warte, jetzt? Warte mal, kommen welche. Keine Ahnung. Wer da sitzt, ey. Oho, so geht das nicht, so geht das nicht. Ich kenne so viele von den Typen wie möglich. Achso, von denen, ok. Mach ja doch gerne, komm. Scheiße. Ich schieße mich einfach. Alter, wie viele dort sind. Zentrale, hier 13. Hier wird geschossen. Wir greifen an. Alle Einheiten. Wenn Schieße eingereicht. Wer kriegt dritte und was nicht. Willkommen wir auch noch eine Waffe? V vielleicht? Steht doch da unten. 4. T. 3. Irgendwot. Ich bin eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe. Mann. Was soll ich denn noch mal machen? Soll ich nicht zuckern? Was soll ich machen? Steht das hier vielleicht? Scheiße. Hallo. Zuck deine Marke, um maximal drei Gegner zum Stehenbleiben zu zwingen, ok? Halt. Halt. Die Typen, die hier rumwannen. Wer sind die? Keine Ahnung. Ach, weg da. Lappen. Ja, was willst du denn? Ulter. Heidi. Weiter. Sorry, nee, Waffe. Weg da. Oh, jetzt bei dir mal ein bisschen. Das kann nicht sein. Nimm den Kerl mit dem Hass so vielen Fett. Was, Polizei? Stehen Sie frei. Ich verarsche. Mach euch kaputt. Aber es kann doch nicht sein, dass ich so ranzig bin, Mann. Einmal versuchen noch und dann ist ja auch noch mal schon vorbei, ey. Das kann doch nicht angehen. Tut mir echt leichter? Warum bin ich so scheiße? Mal hier, let's go. Chuck. Du bemerkst mich nicht. Du bemerkst mich eh nicht. Du bemerkst mich eh nicht. Komm, bemerk mich einfach nicht. Hey, hey, hey. Nicht so rumschreine hier. Zentrale. Hol den Kerl ab. Juckt das also nicht, wenn ich darüber tun werde. Soll ich jetzt einfach wegballern oder? Wat? Ich glaube, ich knall jetzt einfach weg. Jetzt hab ich ihre Aufmerksamkeit geweckt. Fuck. Fuck. Ich komm einfach zu dir. Fuck. Alter, ich will die ganze X drücken und werf dieses scheiß Ding. Muss die alle wegrippen oder wie? Hier drüben! Hier drüben! Da drüben! Hier drüben! Da fehlt jemand! Reife Verdachtspersonen! Komm! Alter, geh doch einfach down. Das ist nicht mal irgendwie kemlau oder so. Na gut, das zeig ich dir wat, ey. Vorsicht! Du hast dich! So. Nix könnt ihr. Nix könnt ihr. Rainer! Taser! So, wie nehm ich die nochmal fürs mit F, ne? Alter, ich... Muss mir das mal merken. Drei... Warte, warte, drei. Taser, oder wat? Will ich jetzt mit einem Taser? Achso, der schießt. Okay, ich dachte das wäre wie so ein... CSGO-Taser, wo man einfach nur... genau vorm Gegner sein muss. Willst'n du? Achtung! Mach ihn alle! Da! Oh Scheiße! Ich taser nicht einfach. Seid froh, dass ihr euch nicht rippt. Alter, das kann ja nicht sein hier. Jetzt ripp ich dich. So. Ja genau, lass ihn einfach mir. Da muss doch echt nix draufhutten. Los, Rainer! Versperren wir nicht den Weg. Ne, jetzt los. Oh, eh, ausrüsten. Nächste Seite. Nächste Seite. Weiter! Premier... Das ist meine Premier... Das ist meine Sekundärwaffe. Das ist doch nicht meine Premierwaffe. Das kannst du mir nicht sagen. Okay... Ich nehm die CZ. Oh man, okay. Habe mich die FFV so richtig so richtig so irgendwie nicht schön. Ich soll irgendwas scannen, tatsächlich scannen. Ist doch nix. Wollte ich jetzt scannen. Wo ist hier ein Handy? Ja, wo ist hier ein Handy? Achso, ich soll die... Achso. Achso. Okay. Äh, fang... Okay. Schön. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, habe ich die geribbert. Und, äh... Das reicht dann auch für die zweite Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer eine positive Bewertung da lassen. Oder lasst einfach eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommi irgendwas, was dich verbessern soll. Falls irgendwas noch scheiße ist. Wie im letzten Video das mit der Audio, dass irgendwas lauter ist als das andere ist. Das muss ich mir nochmal anschauen und dann werde ich das berücksichtigen beim Schneiden. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.